Hallöchen Leute und willkommen zu einem weiteren Part Pokémon Schwarz Soling Challenge. Ich habe einen Traum. Einen Traum, dass Nobili Cut mir jetzt den Sieg in diese Arena holen wird. Es trägt den Granitstein, es ist Level 35, also Level Cap, weil ich sicher sein wollte. Es ist unsere erste Challenge und ich habe ein bisschen Angst vor dem Fasersnob, muss ich sehr ehrlich gestehen. Nicht so sehr vor dem Sauron ist. Und ich glaube daran, dass Fame Bitch einfach Mogel, Hippio, Wählen, Kraft, alles töten wird. Punkt. Und wenn nicht, habe ich Tyre und Silhouette. Also, uns geht's super. Äh, ähm, ähm, ähm. Ja? Musst du kurz das Glücksei von Satan mal runternehmen, das brauchen wir jetzt nicht. Guck noch mal bitte durch, Ginger. Hab ich gemacht. Also, ich habe gerade vorbereitet, äh, Granitstein auf Fame Bitch, Blitztafel auf Terror, Überreste auf Silhouette, Überreste statt, äh, Bollenhelm, weil es wahrscheinlich besser sein wird. Weil, die sind alle nicht so angriffsstark, äh, nicht so, nicht so zu angriffsstark, die Viecher, die sie hat. Und, ähm, ähm, vor allem greifen sie nicht physisch an. Wahrscheinlich. Deswegen Überreste. Ja, ich finde eigentlich Überreste auch gut. Wir, 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 wir fighten dann den Long War. Ich brauche Toxin, ey. Ja, ja. Das wäre so nice. Toxin wäre super, ist super, auch nach Tara. Gut. Ich habe, äh, Mario den Steinrauch gegeben und hoffe einfach, fange auch mit ihm an, hoffe einfach, dass ich, äh, doch mit ihm anfangen und nicht mit, ähm, okay. Haben wir doch gerade so abgesprochen, wir beide. Echt? Ich dachte, wir hätten gedacht, du fängst mit Savrenico an. Okay. Also, mir ist egal, mit wem du anfängst, du musst es wissen. Ich glaube halt, dass du, dass du, dass du, dass du Mario als Zwitschern gebrochen kannst. Nee, ich habe halt vorgehabt, mit dem alles zu machen, außer das Varonesse. Ja, aber das, 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 das schafft doch nicht alles zu töten. Aber es steht wie eine Eins. Na dann. Und juckt sich einen Scheißdreck. Also, in der Arena hat der vielleicht, wie viel Schaden, zehn insgesamt gekriegt von einem Pokémon. Ja, dann versuch's, dann versuch's mit ihm. Okay. Wenn's das sichere ist, dann passt das. Ja, es ist mir halt, ich hab halt Angst. Ich frag mich halt, was dein, dein, dein Zwitschern ist, aber das wird schon. Ja, Onko der Gisbert. Ja, stimmt, Onko der Gisbert, ja. Hm. Okay. Gut, ich glaube, als du redigst. Ich weiß nicht, ich kann's, ich kann's mit, Zwitschern, äh, nee, warte, was, mit, äh, Savrenico versuchen. Nein, nein, mach ruhig mit, 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 mit Mario. Ich weiß halt nicht, mit wem ich machen soll und wir haben jetzt halt gerade besprochen und, ähm. Dann wird sie halt aber auf jeden Fall Swarones als zweites reinsitzen, weil das auf jeden Fall effektiv ist. Echt wie? Hm? Womit? Mit Blubstrahl. Was? Auf, auf Mario. Ach so, ja, dann ist es doch besser, wenn ich erstmal mit Savrenico anfange. Aber das hab ich dir doch gerade schon gesagt. Ja, dann bleib ich hier so. Ich glaube, dass sie Swarones in ein Savrenico reinsetzen wird. Ja, dann fang ich so an und versuche, das so zu machen. Okay. Meep. Es kommt irgendwie auf selbe alles hinaus, aber wir versuchen's mal so. Ja. Wird schon. Ich, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir das schaffen. Also, mit Mario schon. Wer dabei ist. Schauen wir mal. Gut. Okay, dann drücke ich jetzt auf A. Ah. Hihihi. Ich habe dich, ich habe dich schon erwartet. Na, wie ist dir das Spezialtraining mit den Kanonen bekommen? Immerhin sind sie der ganze stolzte Arena von Panaero City. Warte kurz. Kanonen. Flugangst. Was? Die sind gegen die Wand geklatscht. Ja, auf jeden Fall. Ich hab das schon so oft gesehen. Ich hab das jetzt, hab da gar nichts gesagt zum nächsten Part. Alles schön. Ja, ja. Ja, na ja. Ähm. Hoffentlich hast du Lust auf mehr. Denn jetzt wird mich, äh, dir ganz allein. Schön. Ah. Die Fame-Sicht macht das. Ich hab grad gedacht, du redest von Gerardin. Nein. Flitiamo. Oh Gott. Hauptsache jetzt. Okay, Flitiamo. Wollen wir doch mal hoffen, dass ich dich anrufe. einfach wegkillen kann. Das macht ihr als erstes Amnesie bei mir. Okay. Ähm. Flitiamo ist fast halbes Leben durch einen Kugelhieb. Und droppt durch die Willenkraft. So, ich habe gerade das Problem mit meinem Plan festgestellt. Und der wäre? Übrigens vom Faser-Snob jetzt gerade rein. Nämlich, dass, ähm... Oh, shit. Das... Ja, jetzt kriegst du den Kugelhieb. Dass ich hier... Dass ich hier... Dass ich nicht wieder Mogel hieben kann. Ja, gut. Hm. Joa. Aber das Schöne ist, ich kann jetzt einfach... Silhouette reinholen. Und sagen... Du kannst mir gar nichts. Faser-Snob. Außer es macht Wilberblick. Hm. Wirbel-Wind. Ach so. Warum habe ich gerade eben gedacht... Denn warum... Wer macht Wirbel-Wind? Ich habe mich verlesen. Ich habe gerade meinen Tee getrunken und nicht ganz hingeguckt. Weil ich gerade gewechselt hatte. Und dachte, Wirbel-Wind. Und habe schon so ein Trauma. Das wäre jetzt richtig kacke gewesen. Aber na gut. Oh, Mann. Steinhagel. Gucken wir mal, wie viel das macht. Klingsturm. Das ist jetzt ein Witz. Da lacht... Im Volltreffer war das. Das ist ja süß. Was? Klingsturm-Volltreffer? Ja. Okay. Er hat gerade zweimal meine Verteidigung gesenkt. Das ist ein bisschen kacke. Okay. Faser-Snob ist auch gut. Aber ich kann ihm halt... Ich kann ihm halt... Jetzt einfach seinen Angriff senken. Dies ist mein letztes Pokémon. So. Was mache ich da am besten? Ich würde es eigentlich gerne... Du hast... Ich denke mal... Ich glaube und habe Vertrauen, dass Mario halt wirklich was wegsteckt. Ich habe Vertrauen, dass Faser-Snob jetzt noch eine Runde schläft. Hast du Probleme dagegen? Nein. Okay. Also schön. Es hat jetzt gesenkt einen Angriff und Fame-Bitch wird es jetzt wegkatapultieren. Oder auch nicht. Mal gucken, wie viel Schaden die Juwelenkraft macht. So, und dann versuche ich halt jetzt mit Onk einfach Schaden zu drücken. Oh, wie fuck. Scheiße. Was, 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 was? Alles schön. Hat Klingsturm Priorität? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Gut. Ich glaube, äh, ähm, Fame-Bitch hat gerade, ähm, Faser-Snob gekillt. Ah. Ich benutze ein Heil-Item. Tu das. Äh, hätte ich doch jetzt einen Hyper-Trank eingesetzt, statt einen Super-Trank. Ich bin doch auch doof. Ich wechsle auf Silhouette. Gegen Swaronis. Und es macht Wasserring. Ja, das hat es bei mir auch als erstes gemacht. Ich dachte auch schon. Silhouette halt sich auch, das heißt, äh, Starlight Battle und so. Ich hab Angst, ich hab jetzt so die Hälfte an Leben, äh, und würde, glaub ich, noch zwei, vielleicht sogar, je nachdem, was sie einsetzt, drei Attacken einstecken. Aber Aeroas hat halt eine erhöhte Volltrefferquote und hab Angst, dass ich gleich an der nächsten Attacke schon sterbe. Soll ich jetzt einfach aus, äh, aus Angst noch mein zweites Heil-Item jetzt mal verschwenden? Mach, ich glaub, ich schaff das ohne Heil-Item. Okay. Gut. Weil ich weiß, warum es schläft, und ich höhl jetzt Tyrell rein. Und sie kann mich nicht one-hitten. Das ist, warum es schläft. Gut, Donnerzahn. Das ist aufgemacht, Strahlen. Okay, das musst du ja wohl aufhalten jetzt. Oh, Robustheit, ja. Wegen Robustheit? Ja. Das war unerstaunt. Echt, das wäre so ein Volltreffer. Wäre sonst gestorben? Ja, natürlich. Lol. Ich bin jetzt auch fertig. Oh, nice. Mit den zwei Highlightings und so. Oh Gott. Lol. Ich glaube, bei dir war der Kampf wesentlich interessanter als bei mir. Nee, das war's gar nicht. Ich hab halt immer, ähm, ähm, Fame-Bitch, äh, Fame-Bitch rein. Mugel-Hieb, äh, Dingsbums. Und dann, ja, und dann, und dann, und dann Silhouette. Also, es war okay. Okay. Ein KP jetzt auf Donner fahren. Wegen Robustheit. Ja, wegen Robustheit. Der Blubstrand hat er da auch nicht reingehauen. Ja, gut, ja. Oh, ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Ohne Verluste. Okay, darf ich lesen, ja, ne? Ja. Okay. Du hast nicht mehr gesagt, ich dachte, die Verbindung wäre weg. Nein, das ist schön. Ich hab getrunken. Ach so, Entschuldigung. Du bist ein einmaliger Pokémon-Trainer. Meine Pokémon und ich hatten schon lang nicht mehr solch ein packendes Gefecht. Wir sind jetzt, wir sind jetzt noch völlig aus dem Häuschen vor Glück. Hier hast du den offiziellen Orden der Pokémon-Liga. Hoffentlich steht er dir. Was war denn das? Der ist voll hübsch. Den klebe ich mir an dem Po. Und dann? Hast du einen Federschwanz? Ja. 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 Okay, super. So, was Gutes, bitte, was Gutes, bitte, was Gutes, bitte, was Gutes, bitte, was Gutes. Das ist ja kaum zu glauben. Bei all den Orden, die du ergattern konntest, gehorchen dir nun sämtliche Pokémon bis Level 70. Und hier gebe ich dir auch noch das hier. Naturkraft. Was hast du? Scheiße. Was? Ich weiß, ich glaube auch Naturkraft ist nicht so geil. Naturkraft ist okay. Echt? Ja, aber was? Ich habe Nachtnebel. Als ich neulich über den Wendelberg nach Nevajo City geflogen bin, glaubte ich aus der Luft die Schurken von, wie war noch doch gleich der Name? Ach ja, Team Plasma ausgemacht zu haben. Sie bewegten sich auf die Stadt zu. Oh nein, das können wir nicht zulassen. Das tut mir leid wegen deiner TM. Ich muss gleich mal gucken, was Naturkraft ist. Alter, kann ich mal bitte irgendeine gute TM haben? Oh, oh, fuck, 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 fuck. Noch nicht rausgehen. Okay. Bist du schon rausgegangen? Nein. Setz mal ein Pokémon, heil deine Pokémon. Es gibt einen Endkampf jetzt. Ich bin einfach rausgelaufen, tacke. Es gibt jetzt einen Endkampf. Ja. Ohne, dass wir ins Pokémon Center können. Ja, also ich erinnere mich daran, dass er jetzt kämpfen will. Heise, lieber, zur Sicherheit, wir haben genug Geld. Ich habe es getan. Okay. Ich wollte mal gucken, wer das Nachtleben lernen kann. Kannst du ruhig machen, können wir kurz einmal, ich muss mich kurz, muss kurz, wir müssen kurz auch was rausschneiden. Ja, okay, whatever. Ach, sowas muss nicht unbedingt im Paar drin sein. Er hat sich wenigstens muten können, dann muss ich wenigstens nicht schneiden. Doch, klar. Wir wollten jetzt schneiden. Da erinnere ich mich doch nie dran. Ich auch nicht. Ja, dann ist das super. Ja, also super, okay. Endkampf, gut. FameBitch ist vorne. Ich erinnere mich halt an was, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich erinnere mich daran, dass er jetzt kämpfen möchte. Bist du draus? Ja, achso, man ist wieder so creepy, wie das steht. Ihr Trainer zwingt eure Pokémon gegen einen anderen Kämpfen anzutreten, aus denen diese Verletzten vorgehen. Und das alles unter dem Vorwand, sie besser verstehen zu wollen. Bin ich denn der Einzige, der das für grausam hält? Aber genug, lass mich einfach mit deinen Pokémon sprechen. Da ich mit Pokémon aufgewachsen bin, fällt es mir leichter, mit ihnen zu sprechen als mit Menschen. Denn Pokémon belügen dich niemals. Und du bist so Willikard, richtig? Erzähl doch mal. Was ist denn Ginger für ein Trainer? Verstehe. Ginger ist in Avenizia geboren und aufgewachsen. Lebt dort zusammen mit der Mutter und der... Poklex war der Anlass, zu einer Abenteuerreise aufzubrechen und die Welt zu erkunden. Offenbar vertraut ist ihr voll und ganz. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wenn doch nur alle Menschen so mit ihren Pokémon in Eintracht leben könnten. Das ist ja nicht meine Schuld. Dann bräuchten die Pokémon gar nicht von ihren Trainern zu befreien. An jeder Mensch... Dann bräuchte man sie nicht zu befreien. Achso, von ihren Trainern zu befreien. Und an jeder Mensch wie Pokémon sähe einer leuchtenden Zukunft voller Glückseligkeit entgegen. Vielleicht will er doch nicht kämpfen. Jesus benutzt Team Plasma, um zwei besondere Steine in seine Gewalt zu bringen. Den Lichtstein und den Dunkelstein. Als das legendäre Pokémon eins seine sterbliche Höhle ablegte, wurde es zu Stein. Und fiel, der Geburt eines Helden harrend, in einen tiefen Schlaf. Und ich... Ich werde ein solches Drachen-Pokémon aus einem steigenden Panzer ins Leben zurückrufen und sein Freund werden. Auf diese Weise wird die grausame Welt mich als Helden ansehen und mir untertan sein. Nein. Mein Traum ist es, die Welt auf dem Wege der Gewaltlosigkeit zu verändern. Denn wer die Dinge mit Gewalt zu ändern sucht, ruft zwangsläufig Gegner auf den Plan. Und die Leidtragenden sind letztendlich doch nur die unschuldigen Pokémon-Törichter-Trainer. Pokémon sind Kinder dieser Welt. Und Lebewesen wie wir. Und daher verdienen sie es, mit Achtung behandelt zu werden. Glaub mir, es zerreißt mir förmlich das Herz zur Verwirklichung meiner Pläne. Einen solchen Formidabel-Trainer wird dich von einem Pokémon trennen zu müssen. Ja, er wollte doch nicht kämpfen. Ich habe irgendwie was in Erinnerung gehabt. Ist doch nicht schlimm, wir haben genug Geld. Ja, ja. Weißt du, sonst hättest du mich angemeckert. Ja, warum sagst du mir das nicht? Du kannst teleporten. Ne, ich habe es vergessen lassen. Ach, echt? Wieso? Teleporten sind geil. Gegen Telekinese. Hm, Telekinese bringt doch nichts. Klingt ganz nett. Aber jetzt brauchen wir es wirklich noch nicht. Aber Teleport brauche ich halt auch nicht. Hm, okay. Ich habe Fliegen. Ich kann mich damit jederzeit zu einem Pokémon Center fliegen. Ja, fliegen. Llelele. Okay, bin zu leise, musst du es sagen, ne? Es geht vor allem. Okay, dann Wendelberg, oder wie? Oh, wie schön, jetzt kann ich ja, ja. Aber mit wem fange ich an? Mit wem kämpfe ich denn jetzt immer? Also ich fange immer mit der Fame-Bitch an, weil die einen Step-Mogel-Heap raushauen kann. Und dann kann ich sie dort reinwechseln. Ich glaube, ich kämpfe mit Satan. Also es klingt so geil. Der Name ist so cool für das Ding. Satan ist super, ja. Ich kämpfe mit Satan. So, wir kommen jetzt ja gleich in die Cutscene, ne? Die wir natürlich nicht wissen, dass sie kommt jetzt. Äh, nein, was für eine Cutscene. Was? Scheiße, aber später kommt noch gleich ein Kampf. Gegen Scheren, glaube ich. Da bin ich mir relativ sicher. Okay, machst du trotzdem die Mutter? Ja. Was? Welche Mutter? Was? Achso, der Visu-Caster klingelt. Achso. Hallo, Tom? Ich bin's, deine Mutter. Wie geht's dir denn so? Ach, auf Route 7 bist du gerade. Mach keine Sachen. Da hast du ja schon einiges an Weg hinter dich gebracht. Aber sag mal, passt du doch dann auch schön auf deine Pokémon auf? Ohne sie wärst du nie so weit gekommen. Das hast du alles deinen Pokémon zu verdanken. Also behandle sie auch dem... Also behandle sie auch so. Hoppla. Das kam gerade etwas streng rüber, als es... Oh, strenger rüber, als es gemeint war. Da hat sich wohl der Trainer in mir zu Wort gemeldet. Aber gut, ich leg da mal auf. Okay. In beste Unterhaltung. Okay, ähm. Dann machen wir jetzt die Clowns. Das ist nicht nett. Ja, machen wir. Okay. Das ist nicht nett. Einfach auflegen. Ja, das auch. Das fand ich jetzt auch nicht nett. Was war denn das für ein Anruf? Ja, keine Ahnung. Wollte halt nach uns sehen. I. Emolga. Ha. Kann ich... Tod... Tod, äh... Juwelenkraften. Juwelenkraften, okay. Nice. Äh. Krieg ich das jetzt tot? Kann ich das beißen problemlos? Ich würde es gerne beißen. Ey, Emolga schreckt zurück. Und Juwelenkraft. Ach, Fame Bitch wird super. Ja! Ich hätte noch ein bisschen mehr Coverage hätte. So außer Unlicht und Gestein jetzt. Ja. Und ein bisschen bessere Werte. Symbolar. Da könnte ich eigentlich drinbleiben, oder? Ich bin vier Level über dem Ding, weil wir das... Wir hätten das eigentlich machen sollen, als wir die Route hier gemacht haben. Symbolara haut halt rein. Ich seh schon. Ja, aber ich würde es bestimmt töten mit einem Schlag. Also ich gehe in Silhouette. Da kann es mir gar nichts. Ich habe ja gar keine Wahl gegen das Vieh. Ja. Das setzt halt Lichtschild auf. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt nicht voll paradisiert bin und es angreifen kann. Wünschend. Also ich weiß nicht, warum, aber gegen Symbolara geht Schlummer-Ortema einmal daneben. Immer. Was? Okay. Ja. Jedes Mal. Und das war in der Arena so. Das war jetzt so. Ach, klar, macht Winschnit einen Volltreffer, ey. Hat Winschnit nicht sogar eine hohe Volltrefferquote? Ja, hat es. Hm, doof. Aber muss doch jetzt nicht sein. Ach, ja, natürlich nicht. Da hinten ist übrigens noch ein Item. Ja, ja, Verfolgung ist fast ein Tool-Hit. Ein Idler. Was hast du? Ich bin noch am Simularer. Ach so. Oh, ich dachte, du hättest das schon. Ja, mit Silhouette ist halt alles ein bisschen langsamer. Dafür ist alles safe. Ich habe hier so viele Items noch nicht geholt. Ich mache kurz meinen Schutz an und dann... Oh, wenn ich den Schutz finde. Der war irgendwo hier unten. Und es setzt halt dauerhaft die Scheiß-Screens auf. Nee. Stirbt doch einfach. Es dauert jetzt, ne? Dadurch. Ja, es ist fast tot. Außer er hat jetzt ein... Nein, er hat keinen Item. Alles schön. So, Silhouette. Hat's. Okay, das habe ich schon googelt anscheinend. Okay. Grünstück. Yay. Also jetzt kommt der TM, ja, hinter dem ersten. Mhm. Bitte was Gutes, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Kann ich mich hier heilen in dem Haus hier? Ja, dann kannst du. Was macht Elektro-Netz, Ginger? Ey, ist das nicht eine Attacke für WhatsApp? Keine Ahnung. Alter, was labern die alle von Gemüse? Ach hier, jetzt kann ich mich heilen. Hauptsache ich habe alle angesprochen. Fängt sie dann mit einem elektrischen Netz und senkt deren Initiative. 55. Naja. Wir haben immerhin eine Elektro-Attacke jetzt, die keiner lernen kann. GG. Mhm. Nee. Na ja, klar. Das ist bestimmt... Eigentlich ist das nur für WhatsApp, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwer anders erlernen kann. Kann sein. Dann ist das wohl so... So, zweiter Klau, was hat der? Oder das ist kaputt. Er fängt mit Zap-Ladin an. Also es ist wahrscheinlich kaputt, weil Zeiten lärmen und so. Nee, nein. Zapp-Ladin. Zap-Ladin? Das heißt, die Vor-Entwicklung von Zap-Larang, ja? Mhm. Nee, von Zap-Lalek und Zap-Larang. Okay. Ja, das ist von dieser Entwicklungsreihe. Okay. Das war ein Volltreffer. The fuck. Weißt du, was das Schöne ist? Was? Volltreffer-One-Hit. Nee, nicht One-Hit. Hier, warte. Mogel-Heap hat es gerade gewone-hitted. Die Fan-Match macht sich gut, also. Ich darf sie halt nicht so überleveln, wahrscheinlich. Welche... Was ist übrigens Level-Cap? Na so. Weißt du das? Ähm... Keine Ahnung. Müsste ich wieder reinschicken, damit wir das vor Augen haben. Wird schon. Ach, Navi-Top macht Scanner. Läuft, schnett. So. So. Was machen wir? Fliegen. Geht Finte eigentlich durch Scanner durch? Nee, ne? Naja, ich glaube nicht. Hm, okay. Hätte sein können. Das wäre cool. So, ich glaube, ich muss mal was anderes vorschicken, als die Fame-Bitch. Sonst levelt sie uns davon. Soll ich bei Navi-Top gespairt drin lassen? Weiß ich nicht. Bisschen lustig. Du meinst, du irgendwo kommt Scheren jetzt, ja? Ja. Oh, Scanner. Dann... Das war dezent dumm von einem Vieh. Ich glaube, ich muss eh nochmal zurück und, ähm, und, ähm, Pokémon heilen. Aber wenn du möchtest, können wir jetzt, ähm, die Folge beenden. Die Folge beenden? Wenn der Fallscheren kommt, ja. Ja, wir haben genug jetzt in den Part gepackt. Absolut. Jetzt, ähm, im nächsten Part gibt's, äh, Wendelberg und halt, ähm, den Warenkampf. Mhm. Okay. Ähm, finde ich super. Gute Idee. Okay, ich hab jetzt auch nicht mehr die Zeit im Kopf, äh, gehabt. Mhm, alles schön. 22 Minuten. Super. Ja, endlich eine normale Folge. Uh. Okay. Ah. Äh, dann sehen wir uns im nächsten Part, äh, im Wendelberg. Juhu. Bis dahin. Ciao, Leute. Tschüssi.